Wir töten uns weiterhin gegenseitig, obwohl wir hochgebildet sind. Technologisch sind wir außerordentlich entwickelt, aber psychologisch sind wir wirklich sehr primitiv. Warum ändern wir uns nicht? Warum wird dieser schreckliche, individualistische Wettbewerbstrieb, der die Welt zerstört, nicht beendet? Wo es keine Erfüllung gibt, entsteht Frustration und all die neurotischen Aktivitäten unerfüllter Sehnsucht. In Bindung ist Angst, mit der ganzen Agonie nicht allein sein zu können. Man sollte sich also sehr intensiv damit auseinandersetzen, ob es ein Beenden gibt. Nicht damit, ob es einen Ersatz gibt und auch keine Garantie verlangen, dass nach dem Ende etwas anderes käme. Also müssen wir uns mit all dem beschäftigen, das falsch ist, wie Stolz, Arroganz, Bindung und Wünsche, Vergnügen und so fort, die alle ganz offensichtlich nicht Liebe sind.